ja um ihr was machen jetzt bin ich wieder an dem Punkt wo ich einfach gar nichts tun muss ja Akademie mache ich später würde ich jetzt sofort machen habe ich kein Geld für ist ja komisch die erste Stadt ist immer am schwersten schwierig wenn die irgendwann größer will was geht eigentlich noch was brauche ich denn jetzt mal ich habe keine Niedergartenbeute keine Verbrecher nix nur meine Gesundheit ist irgendwie im Eimer was ich nicht ganz verstehe warum keine Luftmusschmutzung keine Keime kein gar nix meine Keime meine Keime verstehe ich nicht so ganz willkürliches Spiel willkürliches Spiel hä was los oh du holst meinen Müll ab oh Sonnchein ist natürlich nice dieser gigantische Wachstum bei mir momentan jetzt passiert nichts wieso können die Feuerwehrautos denn manchmal nur nach rechts fahren und manchmal auch nach links was ja ist egal willkürlich wie immer so so gerade also ich habe Arbeitslose was mache ich denn da so ich buche einfach meine Feuerwehr so was zu wenig Simoleons yes ich habe die 50.000 bekommen für diesen Feuerwehrquatsch den Feuerwerk bei mir wollen die alle nix ich krieg hier überhaupt keine oh da hinten Omega nein ich will kein Omega werden ich nein ist auch komisch was sollen die denn so ich wollte auch hundertprozentig gleich nach Polizei oder genau ich will jetzt mal euch wiederbemittelte doch jetzt wollen die Schiffe da wieder zusammenreißen boah du leckst grad echt mega das ist echt voll anstrengend ähm naja es liegt am Spiel es liegt nicht an deiner Verbindung es liegt am Spiel ähm hm 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 wo mache ich denn jetzt mal diese ultramoderne Kirche hin ja ob sie eine Kirche bauen das wollten die gerade und krieg ich tausend für und die ist gratis die kostet nichts die beschweren sich aber immer wenn du die dann abreißt ich will die ja nicht abreißen ich will die ja nicht abreißen so ich hab das immer irgendwann vor dessen bin ich mir bewusst ich könnte mal bisschen was für meine Bildung tun also so im real life ja ach wir haben ja noch gar kein Ding jetzt ne nach Grundschule geht ja auch so Mann ich bin so verpeilen macht man Strom so ok ist das ok abwass das auf Polizei wollen sie noch nicht meine Müllverbrennungsanlage steht direkt an deiner Grenze ist alles ok psst wie beiläufig du sowas immer erwähnst es muss halt trockener Humor bleiben dann ist es nicht mehr trocken das ist schon gemein gemeingefährlich naja weil nur gemein das war cool wenn sowas macht Wom haue ich denn diese blöde Schule jetzt hier hin, Mann? Schwule, Schule. Habe ich nicht daran nachgedacht, dass ich die Feuerwehr herpreisen muss, wenn ich meine Straße neu mache. Egal, dann habe ich Geld. Ach, jetzt wollen sie eine Feuerwehr haben. Feuer ist zu langsam. Jetzt, wo ich eine Schule bauen will, wollen sie eine Feuerwehr. Ich habe schon mehr Geld. Ich bin der Gottsein. Ja, ich saß dir. Ach, jetzt kann ich mir eine Schule natürlich mehr leisten. Es ist doch zum Haare-Raus-Reißen. Oh, Mann, oh, Mann. Jetzt habe ich so viele Arbeitslose. Meine Bevölkerung steigt einfach nicht, 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 nicht. Überhaupt nicht. Wie viel hast du denn, du, meine Bevölkerung? Äh, 2000, jetzt. Ja. Wieso kommen hier keine Leute hin? Das traf ich nicht. Weißt du, so richtig Bombe läuft es bei mir auch nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Äh, so irgendwie. Der Wurum drin. Der Bug. Ja. Ein Bandwurm. Baaa! Geht, 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 geht. Hä, wieso kann ich... Hä? Baaa! Kann man nicht bei 2.500 Einwohnern das Gemeindehaus upgraden? Ja bei 5.000. Echt? Steht auch dran. Ja weil ich eben den Auftrag hatte von wegen bis 2.500 hier 2.500 Einwohner zu kriegen. Hatte ich gedacht, dass ich dann das Upgrade krieg? Nein. Ist aber irgendwie nicht so. Ist ja witzig. Ist ja lustig. Ach quatsch, das ist ja gar nicht hier. Bushaltestellen. Machst du jetzt echt schon Buskram? Äh Schulbus. Achso. Hab ich noch nicht. Du musst das Polizei machen. Ich versteh nicht warum. Ich hab hier eine Straße, da kommen einfach keine Häuser hin. Hast du vielleicht keinen Platz? Es ist irgendwie merkwürdig. Theoretisch müsste das passen. Vielleicht ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Millimeter, wo sie es nicht bauen können. Naja. Mach nicht Parksinn. Egal. Du. 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 Die Feuerwehr fährt halt vorbei. Um zu wenden. Das ist total realistisch. Hm. Warum bleiben wir jetzt direkt davor stehen? Und fahren im Schneckentempo? Maybe ein Bug. Alter das ist ja mega kacke. Jaja das zweite Haus brennt halt auch schon. Ah, jetzt haben sie es gefunden. Und das dritte Haus brennt. Und das vierte Haus brennt. Oh mein Gott, nein. Ich habe jetzt erstmal Polizei. Oh Gott. Oh, eine riesen Blockparty-Feier. Macht wahr. Jetzt haben die den Brand gelöscht, das Haus ist verlassen und hat dann wieder Feuer gefangen. Deswegen kann ich es nicht abreißen. Jetzt müssen wir es nochmal löschen. Alter, Katastrophe. Vor allem, die bauen immer neue Häuser und die brennen dann direkt wieder weg. So, jetzt. Aber... So. Next Step-Bildung. Würde ich sagen. Was macht denn meine Dichte überhaupt? Das ist noch nicht so gut. Na. Schön dicht. Das ist noch überhaupt nicht dicht hier. Es brennt halt immer noch überall. Was? Okay. Acht von elf gelöschten Bränden am Tag. Yay, ich habe es geschafft. Geld. 400. Wie viel passen da gerade rein? 150. Kein Geld dafür. Ist cool. Wow. Ich bin wieder begeistert von dem Spiel. Warum? Ich kann meine Grundschule nicht mit Schulbussen erweitern. Warum? Es fehlen Anbaupunkte. Wie? Aber die stellst du doch aufs Gelände. Ja. Allerdings ist das ja auch ein Bug in dem Spiel. Cool. Also ich kann's. Ich nicht. Ich bin wieder... Wow. Ich würde es ja gerne rückgängig machen, aber es geht in dem Spiel ja nicht. Hey, jetzt sei doch mal nicht so hart. Hey, ohne Scheiß, ne? Also irgendwas kriegen die immer nicht auf die Kette. Oh, jetzt bin ich das falsche Haus abgerissen. Ach so. Was mache ich denn mit der Dichte? Die steigt doch nicht. Hm. 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 Es gibt hier zu viel Kriminalität. Tatsächlich ein Verbrechen pro Tag. Das ist natürlich... Wahnsinn. Das ist viel zu viel Kriminalität. Ich baue die Polizeistelle jetzt mitten in die Stadt. Gerade... Das ist so unglaublich, ne? Wo baue ich denn jetzt meine Schule hin? I don't know. Ah ja, wohl nicht. Wo baue ich die halt nach da oben? Kann ich die Schulbusse bauen? Ja. Ist ja nett. Ah, passiert. Spiel weiß doch, was ich will. Schulbusse. Unglaub. Mach ich dir wieder preisbar. Geld fürs Fenster, ne? Fürs Fenster? Fürs Fenster. Was, die Klassezimmer sind schon wieder voll? Was will der von mir? Ja, Klassezimmer. Wo? Du sagst, du willst jetzt auch kein Grundstück bauen? Oh, jetzt hab ich überall schon mittlere Einkommensschicht. Eieiei, ist total durcheinandergewürfelt. Das mag ich ja gar nicht. Oh nein. Zappalot. Ja, zappalot noch immer. Straßenupgrades erforderlich. Ja, das könnte ich mal machen. Mit meinen 7000 Spolions. Wo sind denn jetzt meine ganzen Bewohner hin, bitte? Ich hab nur noch 3000. Also irgendwie läuft's gar nicht. Ja, es ist schleppend. Es kommt noch. Wie teuer dieses blöde Upgrade immer ist. Ach, kann ich mir schon überleisten. Da werden die ersten Plattenbauten ausgestampft. Echt? Huch, diese Stadt ist pleite. Joa. Lief gut. War erfolgreich. Das lief echt gut. Ich muss sagen, ich bin auch gerade in den Miesen. Erhöhen Sie die Steuern. Na, dann mach ich doch mal. Verdienst, ja. Ich weiß aber nicht, wieso. Ich werde ihn jetzt 240 pro Stunde. Bin bei 0. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich hab aber nur noch 1700 Einwohner. Ich bin auch von 4 auf 3 runter. Oh Gott, was machen wir denn da, ey? Ich hab keine Ahnung. Das läuft so gar nicht. Also langsam, ich lass das jetzt mal laufen. Bin jetzt wieder bei 4. Okay, bei mir bauen sich auch die Häuser alle um hier. Vermutlich liegt es auch wieder da, dann. Oh, letztes Mal warst du echt schneller, ey. Letztes Mal hast du da schon eine halbe Großstadt stehen. Da lief es irgendwie besser. Kein Platz zur Höhener Dichte, ich liebe es. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Oh, jetzt bin ich schon krass. Immer wieder 3600 Einwohner. Hab ich dich ja schon eingeholt. Ich bin bei 4,6. Na, fast. Ich bin bei 37. Aber mir geht es auch irgendwie nicht voran. Ich weiß nicht, wieso. Warum ist das nicht? Niedrige Grundstückspreise. Ja, warum bauten ihr da auch? Weil du ihnen das gesagt hast. Nee. Die müssen da ja nicht die noblen Dinger hinbauen, wenn da nix ist, dass sie die da hinbauen. Die machen mich fertig. Die schreien hier alle nach mehr Polizei, aber ich hab gar keine Verbrechen hier. Das passiert einfach nix. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen, ich lasse es gerade mal so laufen. Ja, bei mir muss es auch gerade erstmal wieder warm werden. Was macht denn mein Strom? Der ist schon im Minus. Das ist super. Das war mir noch nicht. Das war noch erstaunlich viel. Aber ich sehe schon deine Plattenbauten. Ja. Unlogischerweise in meiner... Nicht direkt am Rathaus, sondern irgendwie weiter weg. Ich weiß nicht, warum sich da die Dichter hört. Was ist denn das für ein Gebäude, was aussieht? Wie aus Japan. Du meinst mein Tempel. Achso. Das ist ja ein Ding. Diese Beschreibung mal. Was aussieht wie aus Japan. Alles bei dir ist alles... Japan. Ist halt so. Sieht asiatisch angehocht aus. Japan. Wie aus Japan halt. Oh, ein Müllauftrag. Den will ich Party feiern. Besorgen sie eine Müllhalde. Oh, ne. Das ist was anderes. Ich kann kein Geld für. Hallo. Kannst du mal meinen Müll abholen? Mein Müll. Müll. Ich habe da 734 Mülleimer. Ich habe 412. Boah, mein Rathaus ist voller Müll. Ich musste echt mal... Scheiße, wo brauche ich das denn denn hin? Die ersten Apartments zum Glück. Puh. Das Schnee kommen nie.